Wir haben es in den Griff gekriegt, das ist ein Applaus wert, weil wir wirklich gefühlt sind, dass wir Sporträder haben. Ich bin, wie gesagt, kurzfristig aus dem Erzgebirge eingewandert und dann auch schnell das Ganze mit abzuschließen. Genau, so, wir stehen ab. Ebenso, Platz 6, Elster Werder. Wir haben ein kleines Mädchen dazu, wir haben den Platz 5, das ist Lisa, die andere Seite, Lisa, die auch ein kleines Mädchen. Dann haben wir den Platz 4, das ist der Bus, Reber, die Sinten, Radio, alles gut. Wir haben auch ein kleines Mädchen. Dann haben wir den Platz 3, das ist der Hadevater WT, der Halsherr, Hadevater, die Sinten, Hadevater, die Sinten, Hadevater Pus. König, mach mal zu am besten sein. Und doch noch ein festes Mal dazu. So, Platz 2, sonst was es bitte was geht. feature Yifert von Braunpens. Und zur Gönnheit soll ich auf面 homme zum Stadtmeister. Stadtmeister bei Astu ist die Stadtmeister. Und geht damit für Sieger und weißgut ergänzt. Egal, es soll jetzt, bitte schön, zum Rund an, wenn es geht, unter die Schüttel des Stadts des Bundes. Und meine Damen und Herren, ich danke euch, für den Schildsondag, ein guten Rundschweinling. Guten Rundschwein, wir sehen uns wieder zum nächsten Turnier, das schon Platz sein, was wir wahrscheinlich wieder machen. Und dann wieder draußen und wenn alles läuft, hier und an dem Projekt, oder was wir wissen, an dem Jahr. Dankeschön, schön, schön, danke. Vielen Dank.